Hey Leute und viel Spaß mit einer weiteren Folge von Mayer Master Builders es hat ja schon länger keine Master Builders Folge mehr gegeben und jetzt bauen wir eine Prison ok da habe ich schon ich direkt eine Idee und zwar nehme ich da die Stormrix und einen anderen Boden was sieht gut aus, was sieht gut aus irgendwie das so ganz schnell bauen dann würde ich sagen, den Rest seht ihr jetzt in den Timelapse und wenn es fertig ist dann geht's so dann gibt's dann 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 das sollte ein gefängnis werden ich wollte eigentlich noch wachtürme daneben bauen hat leider nicht mehr so ganz funktioniert ja okay der wollte halt hier vorne noch so eine schutzmauer und sowas hin bauen hätte man vielleicht anders machen können aber man sieht auch nicht viel besser aus von daher passt das denke ich ein bisschen komisches gefängnis kann das sein ich habe gar nicht bewertet ich muss jetzt noch wieder reinkommen weil ich da schon so lange nicht gespielt habe der ist mit der zeit nicht zurechtgekommen richten er heißt jetzt nichts großartig bildes aber hat man vielleicht mehr machen können okay hier vorne ist auch ein ausbruchsversuch wie ich eigentlich bei mir machen wollte wo kommen wir rein hätte ja überhaupt nichts geschaffen richten mehr als hätte man echt mehr in der zeit schaffen können habe ich ja sogar schon mehr break da steht nichts ich weiß nicht hätte man auch mehr machen können vor allem mit villager und so also dafür da ich die anderen anders bewertet habe man echt mehr machen können der wollte das jetzt mit rüstung machen recht auch mal mehr das hat die offiziere seien sollen und so noch nicht egal ist dabei das ist mein gefängnis da vorne soll eigentlich smoke sein habe ich nicht komplett hinbekommen ich wollte auch eigentlich noch ein dach zu bauen allerdings habe ich das einbekommen aber irgendwie ist großteil der er okay vielleicht habe ich auch eigentlich nur wegen den partikeln weiter die partikeln anmachen das kriegten mehr vielleicht würde ich dann auch mal sehen so weil er will ich vielleicht auch mal effekte sehen die ich eigentlich sehen sollte das natürlich jetzt ein bisschen schwierig weil man da nicht richtig reingucken kann kann ich ja nicht richtig bewerten und ich glaube auch nicht da sind präsent aus hölz finde ich nicht ganz so geil richten mehr irgendwie ist wirklich kein richtiges gebäude kein richtiges gefängnis weil ich jetzt sagen würde gut also denke mal mit mehr zeit hätten wir uns auf jeden fall im mut kommen hier ist einfach gar nichts da scheinbar nicht fertig geworden war es auf jeden fall ja irgendwie gefängnis dann würde ich auch ein paar räume erwarten ich glaube jetzt nicht aufgebaut so ein kalt prüsen ist ehrlich gesagt auch wieder nicht nur das war logisch weil das war echt nicht so geil und jetzt ist fertig und wert gewonnen ich habe keine ahnung wer ich bin ich würde sagen wenn euch die folge gefallen hat dann zeigst mir noch positiven wert und wenn auch kein abo da gelassen können wir uns da lassen dann sehen wir uns beim nächsten mal hier tschüss